Ah, wir haben endlich wieder Kabel, die man in das Barrel reinpacken kann. Ohhhh. Der Mana, ne? Ja. Redstone, ja toll, warum? Ich suche Redstone, aber schlussach hier. Die braucht Mana, die Flache. Ah, ich nehm mal einen Stack mit. Funktioniert. Und die Portal Gun nehm ich gleich für unten. Ich geh schon mal runter, ich mach dir schon mal gleich nen Port auf. Also wieder in die Hülle. Ja, kannst du jetzt da oben bleiben, dann kann ich mal nen Port auf. Ja, ich geh da mal das Portal, äh, die Pumpe machen. Mhm. Brauchen wir auch noch. Oder? Ne Pumpe, ne? Ja, aber wir brauchen erstmal Blazes, ne? Pumpe? Blazes? Gras. Ja, wegen Endertank. Ja, dann mach du das, ich mach die Pumpe. Ich brauch ne Schere. Ok. Ok, Portal steht zur Not. Ok. Ach, jetzt schon. Ok, jetzt hab ich erst das Achievement. Ok. Hast du Spacken eben echt das ganze Alwin draus genommen? Ne, das brauchen wir. Ne, das brauchen wir. Warum brauchst du schon wieder Alwin? Ich hab halt gesagt, ich brauch ne Schere. Äh, wir haben, brauchst du ne heile Schere oder wat? Ich brauch ein bisschen Gras, um das nen Manopus zu schmeißen. Äh, guck mal eben bei mir in der Kiste, da müsste ne Schere drin sein. Da liegen zwei Eisen. Ja, der braucht doch nicht noch ne Schere, man. Ich hatte doch schon mal wegen ne Wolle. Guck erstmal. Äh, Emeralds? Brauchen wir die? Ah ne, ich hol die nicht aus dem Nether. Das tut nachher auch weh. Gibt ihr helfen? Ja. Ähm. Da. Ja, da war immer eine noch drin. Was ist das für ein Gebilde? What the fuck? Mehr gleich. Was ist das? Aua! Aua! Mit dem KFH. Alter, das ist ein Bean Knife! What the fuck! Voll heftig, die Dinger. Das Ding ist riesengroß. Oh nein, Bean! Aua! Aua! Mama! Papa! Ich hasse das Geräusch, das Bienengeräusch. Jetzt hätten sie alle rausströmen müssen. Alles klar. So. Das ist Fleisch. Ah. Brauche ich ja mal hin. Der hab ich natürlich nicht. War ja klar. Boah, hier ist auch wieder kein Platz. So. So. Seemann müde. Nee, gar nicht. Gut. Und du willst einen 24 Stunden Marathon machen? Oh, nicht. Ich muss nur circa 5 Stunden aufstehen. Warum? Ich muss Zeitung austragen. Das hab ich auch eben schon mal gesagt. Ne, da war ich für... Da war ich doch äh... Wasser holen. Nee, da warst du da. Das ist eine Lüge. Deine Tatsache. Ja, Pumpe am Start. Lol. Was? Schnell. Sohohl. Ah, jetzt brauchen wir nur Blazes für die Endertanks, ne? Boah! Ähm... Und Rüstung machen. Wäre die Idee so... Warum Rüstung? Direkt stirbt. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ich muss die im Moment um Oree hier durchbohren. Ich hab keine Bock, dass die Scheißdinger aggressiv werden. Sieht. Ach. Ist das dein Ernst? Ja. In mein Rank. Irgendjemand hatte doch ein bisschen Lust so mitgebracht, ne? Time. Time, tust du halt. Ja, für den Selbstgebrauch. Liegt, glaub ich, immer in der Kiste. Ich brauch nur zwei Stück. Mehr brauche ich nicht. Also der ist nur am sichern durchschnurren hier. Stimmt. Wo bist du denn? Lava! Wo ich in der Hölle bin, oder was? Hier. Äh, blauer haben wir da hinten, ne? Warte, am Portal haben wir... Blau. Dann bin ich da. Also du musst das Orangene versetzen. Oh. Ich glaub. Weil jetzt bin ich da, wo das Orangene Portal war. Ich glaub, Minecraft will heute bei mir nicht mehr so wirklich. Bist du jetzt bei dem Orangene Portal, Leute? Nee. Achso, jetzt... Oh, sag doch, dass du beim Orangene warst. Ich dachte, du wärst oben noch beim Blauen. Aber ich komm doch schon hin. Ich bin... Du weißt, wo ich bin, ne? Oder nicht? Oh, diese... diese Wolken hier im Nether federn den, äh... Den Absturz. Oh Gott. Ob soll der Tür des einen helleren und 308 andere kommen? Oh Gott. Ob soll der Tür des einen helleren und 308 andere kommen? Ich komm mal zum Portal. Gehst du jetzt in meine Richtung, oder bist du hingegangen? Ich bin grad noch gar nicht nirgendwo hingegangen. Okay. Ich komm jetzt auf jeden Fall in deine Richtung jetzt wieder. Bringt mir nix. Wie lange hattest du jetzt noch was machen, Flash? Was? Wie lange du noch Fahrtest machen. Keine Ahnung. Du bist auf jeden Fall, dass die Kirby gut läuft, ne? Boah, bei mir will mein Kopf nicht mehr so wirklich. Ist schon wieder abgestattet. Start der PC immer neu. Nee. Ich werd eh gleich aufhören. Ich wollt noch kurz fertig machen. Boah, ich bin auch verdammt müde. Deswegen red ich auch nicht mal so viel. Oh. Wo bist du? Hier. Oh nein, 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 die... Ich brenne. Warte, wir brauchen Blaze Powder, ne? Ja. Ernsthaft? Bist du sicher? Nein, das... In der Wüste gibt's aber so. Nein, die gibt's da nicht. Die hab ich schon geguckt. Die sind da nicht. Ja, ja. Komm mit. Komm her. Ist das hier? So. Bist du? Da. Guck mal hier das fette Ding an, Alter. Ja. Ehrlich. Ich hab schon so ne scheiß Wespe gekillt. Ich dachte, da kommen mehr raus. Wespe geh weg. Ich kann natürlich auch einfach den, äh, Lava von der Pumpe nehmen und die zu der Corel schicken. Ah, ja. Dann haben wir eine stabile Energieversorgung. Ja, ich wollte definitiv Endertanks bauen. Wir müssen irgendwie einen Weg bauen. Auf jeden Fall. Zumindest ich wieder hochkomme. Dann du's join the game. Mhm. Sagt er einfach nur noch, mhm. Und es dauert wieder zwei Minuten, bis das so wirklich reagiert. Okay, wo bist du jetzt hingegangen? Es ist auch nur dunkel, kriegst dich. Ich freue es jetzt schon, dass ich gleich tot bin. Wenn sich das gegeben hat. Oh ja, hier ist ein orangener Busch. Hatten wir den schon? Ne, ne? Ich glaube, ah, da bist du okay. Den hab ich jetzt in der Hand. Brauch nicht. Ich leb noch, ich leb noch. Wie heißen der? Äh, Stink. Okay, der, das ist der, den ich vorhin meinte, der relativ gut ist, der die Stärke gibt. Okay. Wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Nee. Ich hasste die Gebiete, ne? Was? Ich hasste diese komischen Gebiete hier. So, kommen wir jetzt irgendwie weiter hier. Vorne kann ich höchstens noch weiter. Ja, du hast einen Gleiter, du hast einen Vorteil. Na, denk. Das hab ich jetzt aufgesammelt. Okay. Sieht. Der hat. Der hat. Oh, nee, gar nicht. Zack. Loll. Das müssen wir jetzt mal schauen. Was ist das denn für ein Baum? Der Baum ist auf jeden Fall schade. Ich schaue nur auf der Karte, ob ich irgendwo, äh, das finde. Mit Endertanks hätten wir halt den größeren Vorteil. Kann man das nicht auch mit Tetherricks machen? Ja, ist aber teurer, brauchst du Shiny, ne? Cool. Place what? Das Ding braucht doch kein Mana, geil. Also, wenn ihr Clay braucht, ne? Ja. Einfach nur Sand neben dieser Pflanze tun. Okay. Die, so ein komisch Dirt da auf einem anderen Schweben ist. Einfach da ran. Und schon wandelt's um. Und das geht richtig schnell. Okay. Guck mal.